Boah, ist das wieder ein schönes Wetter heute. Und die nächsten Rentner kommen schon angewackelt. Gibt's doch nicht. Ich dachte, wenigstens bei dem Wetter hat man seine Ruhe. Mann, 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 Mann. Ich muss mir mal was überlegen, auch für den Winter. Ich habe mir mal so überlegt gehabt. Es gibt ja auch diese Kabinenfahrräder oder wie die Dinger heißen. Und da gibt's, was denn da noch nie abgesperrt? Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, naja, dann kannst du vielleicht einen kleinen Rollermotor reinbauen. Dann ist es sicher im Winter gemütlich, du kannst einen Hund nebenher rennen lassen. Dann ist er müde. Ich werde nicht nass. Das wäre doch was. So, vielleicht noch irgendeinen kleinen Kofferraum. Da braucht man den Hund nicht mit dem Auto transportieren irgendwo hin. Dann wäre so alles easy gewesen. Dann habe ich mich mal informiert, was man denn da machen müsste. Was man alles anmelden muss. Da wollte er schon wieder ab. Freundchen. Hä? Hast du wieder Bock? Komm hin. Hier hin. So. Auf jeden Fall muss man mit 10.000 Richtlinien allein die Betriebserlaubnis zu machen. Dann würde er fast schon so viel kosten wie einen kleinen Wagen. Na, 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 na. Komm hin. Dann habe ich schon gedacht, naja, kaufst du vielleicht so eine Ape. In Italien. In Italien. In der Familie. So italienisches Moped Auto oder was es auch immer ist. Yo. Wir wollen auch 4.000 Euro dafür haben. 4.000 Euro, damit man drinnen sitzen kann. Und 40 kmh fahren kann. Stellt euch das mal vor. Naja. Mal schauen. Würde ich jetzt auf so einem kleinen Dorf wohnen oder sowas. Würde mich das jetzt nicht jucken. Da würde ich mir so ein Ding einfach bauen. Aber hier. Wir haben hier so viele aufmerksame Rentner. Und Polizisten. Die warten nur drauf. Dass so ein Schwerverbrecher kommt. Deswegen ist es nicht so eine gute Idee. Naja. Ja. Ah Jeff. Haben wir uns wieder beruhigt. Na hier ist doch nicht viel los. Mal schauen, bis die Akkus billiger werden. Dann könnte man sich ja so ein Ding eigentlich auch elektrisch bauen. Da würde es auch nicht so auffallen. Aber. Ich will ja niemanden dazu anstiften. Mal schauen. So Jeff. So langsam werde ich nass. Gehen wir mal zurück. Auf der Fachmann ist jetzt noch bei der Kunst. Und dann muss man jetzt noch auf das Kaubleich werden. Das ist schon mal passiert. Ab liegend. Und weil es hat das Kaubleich. Vielen Dank.